So, der Start ist freigegeben. So, 326. Wir beginnen mit Führung. Da hat die Wien von den Audi der Läbelbeutung verbreitet. Die Schaltung hat 226, Kevin Kline in die Führung vor seinem Jeepkollegen Tim Fahrenhorst. Das Sven Lotte und Daniel Witts, Daniel Witts im Angriff auf Sven Lotte. David Molter, übrigens gut unterwegs, weil gebrochene Hintern. Der Kevin Kline kann sich da schon relativ gut absetzen. Der Kevin Kline hat also eine schieblich-siebliche Distanz auf den Zweifel. Dann die Fahrer aus Daniel Witts, Sven Lotte und David Molter aus die Sehner. Da ist die Lede-Rokette-Klasse. Ja, was soll ich sagen, alles sieht ja so das Fahrrad. Dann gehen wir halt. Wenn die Fahrrad raus runter ist, ein bisschen raus. Und das hat noch nie. Hansen, die Dauerstellung. Und er greift auch an. Daniel Wiesn vom Blue Racing Team. Kevin Klein mit der 226, gewinnt hier mit riesen Vorsprung. Und Daniel Wiesn, was ist aus dem Land, der ist vorbei. Jetzt vorbei an dem Fahrenhorst. Daniel Wiesn wird zweiter Tim Fahrenhorst, dritter. Vierter Sven Lotte. Und fünfter David Molter. Und das mit Gebrochener ist er. So, das Feld ist gestartet. Der Ota MR2 mit Eckertrieb geht nach vorn. Die 287, Marcel Griebel mit Ui und Einer 2. Die Kino Flieger. Die 287, Marcel Griebel mit Ui und Einer 2. Die Kino Flieger. Die Kino Flieger. Kino Flieger. Die Kino Flieger. Die 1. Der Wetter muss einbinden, das ist gut. Keine Ahnung von den Zorn. Mecklenburg ist alles nicht. Wir hatten ja schon den Weg. Du weißt, was das für Abflasen ist. Wow, nettes Loch. Der Heimann kann noch ein bisschen aufpassen bei der Fahrtruhe. Relativ, das kann raus, dass wir da richtig einatmen. Ich weiß ja nicht mehr. Ich weiß ja nicht mehr. Ja, die noch unternehmen. Ja, das ist noch Feuer. 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 climb zum Jürgen. Marsel Greve, Karl Sprenze, diggarts uppe von Andreas. Dirk, dich traf morant. Und die 226 verbraten und garantiert, Sebastian Lübcke, dann auch Britta Gerhardt mit der 226. Norddeutscher Rundfunk Der Angriff und der Frenzen ist vorn. Das Frenzen ist vorn.